Und willkommen zum neuen Video zu dem CL4 Fuente Grillos. 10 Stück in der Packung. Einen haben wir schon gemacht vorhin. Das Video habe ich auch gelöscht. 14 Gramm, also 2 Gramm pro Stück. 1,4. So, schauen wir mal. Fangen wir an mit dem grünen. Andere Location. Ja, schön grün. Die sind aber heftig laut. Jetzt machen wir mal den roten und den gelben. Und den Lilan hast du auch gleich mit eingezündet. Super. So, die waren heftig laut. Danke fürs Zusehen.